Was bin ich denn hier? Ich glaube, es war jetzt falsch. Halt, hier. Ja, so. Ja, Italienflagge. Achso, ja, stimmt. Italiener. Bist du einverstanden, oder? Äh, ne, ich glaube, es ist Spanien. Ja, genau. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn... Äh, das müssen... Holland. Die Hollander sein. Hallo, liebe Holländer. Schweiz. Was? Ne, 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 ne. Klar, Austria. Ja, ja, genau, das ist, woher der Map-Aussteller kommt, Austria. Genau. Äh. Checkpoint, super. So. Haben wir hier keinen Knopf? Ne, dann machen wir mal so. Und dann... Müsste gehen eigentlich jetzt, oder? Ist nacht. Müsste nacht sein. Ja. Ja, okay, geht's. Wunderbar. Ja, Smiley. Schau mal, was weitergeht. Ich trau mich nicht. How much green walls are in the room? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, müssen 10 sein, ne? Ja. Was? Was ist denn eigentlich hier in den Dispensern immer drin? Gegner oder was? Ja, oh, war ja. Oh, war ja jetzt. Oh je. Was ist denn die Frage? Da, ne Mathe-Aufgabe. Ach, du Schei. Ja, aber da gibt's ja den Trick. Man muss ja immer von den Hinteren zu den Vorderen Zahlen gehen. Also 5 plus 1, 6, 3, nochmal 3 sind 2. Haben wir was mit 2? Ja, ganz rechts. Mitte ist schon mal ausgeschaut. Ganz links. Haben wir 12, 1 gemerkt. So, jetzt die zweite von rechts nehmen die Zahl. Also 1 ist ja gemerkt. Plus 3, 4. Nochmal 4, 8. Plus 4, 12. Plus 7, 19. Müsste 9 als nächstes kommen. Ja, dann kannst du schon. Genau, ja. So einfach geht das. So, und jetzt wird abgezogen. Okay. Und dahinter? Oh, dahinter ist die Schellen schon geschafft. So. Und da macht man das ja, glaube ich, so. Man geht von den letzten beiden. Die addiert man, die letzten. Und der ganz oberste, dann musst du das vom ganz obersten abziehen. Ja, genau. So, dann haben wir da 9, 4, 13, 14, bis so 20 sind 6 dann. Ja, da gibt es noch einen. Das ist der erste. Ja, so einfach geht das. Da muss man nicht viel rechnen. Was haben wir da? Ah, lecker Goldäpfel. Yummy, yummy, yummy. Hast du 3 Goldäpfel? Okay, 3. Also von jeden 3, ne? Ja. Okay, lecker Goldäpfel. Oh, ich kriege sogar Hunger, aber einen Goldapfel essen wir mal nicht. Aber einen normalen Apfel esse ich jetzt mal. Lecker, lecker. Schön, vitaminreich. Apfel kann man immer essen. Ich bin mal ganz kurz RFK, okay? Ja. So, ja. Ein Quiz, immer wieder gut zur Aufmunterung auf jeden Fall. Und dann warten wir jetzt auf Chris vor der Challenge Nummer 1. Oh, und da wird es jetzt blutig werden, Monster Fighter. Ja, und dann wird es da blutiger Rache geben jetzt hier. Oh, 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 oh. Ja, Monster Fighter. Ja, wir wollen natürlich jetzt nicht warten. Oh, ja, genau. Da sind schon... Wieder da. Ja, okay. Ich stehe hier vor der 11 und da wird gekämpft jetzt, bis das Blut fließt. So. Welcome to the Monster Survival. Our units is in the chest. Good luck. So. Hm. Okay, also jeder hat eine Leder-Ausrüstung. Schon mal. Zack, und dann drei Holzschwerter und ein Eisenschwert, ne? Äh, oder Stein ist das besser gesagt. So. Gut, jetzt ist natürlich vielleicht auch taktisch zu überlegen, ob man erst das Eis... Ich glaube, wir sollten erst das Holzschwert nehmen, oder? Ja. Ich weiß nicht, weil das ist so... Was haben wir denn da drin? Oh, Skelette. Ich habe heute die Folge genannt, bei Skyblock, äh, aggressive Skelette, weil die ja so aggressiv geworden sind. So, dann wollen wir mal rein jetzt hier, so. Oh mein Gott. Wie viel Sinn denn das? Oh mein Gott. Oh, ja. Äh, oh Gott. Na, scheiße, ich habe den... Ich habe das Spawnen nicht gesetzt, scheiße. Ähm. Ja, ich habe gewonnen. Hast du meine Sachen? Ja. Ich sollte... Ich sollte vielleicht mal eher das Bett hier nehmen. So, Nacht machen. Und erst mal schlafen. Äh, wo bist du? Hinter dir. Oh, halt, da geht es ja schon weiter. Ja. Ja, muss ich erst mal gucken jetzt. Das... Das... Ja, drei Stück, drei, ähm, Holz, genau. Und eine Lederrüstung, ne? So. Die Hälfte von den Äpfeln? Ja, die... Ja, die Nahrung ist ja jetzt nicht so wichtig. Ähm... Ich habe jetzt einfach von jedem die Hälfte gegeben. Ja, waren es nicht drei, ähm, Holzschwerter gehabt? Oder wie viel hast du? Ich habe zwei. Ach so, ja, dann ist von mir eins kaputt gegangen schon eben. Ach so, okay. Einen schon kaputt... Ja, das eine ist ja schon halb kaputt. Okay, da geht es gleich weiter. Moment mal, sagen wir da. Hier, den Zombie-Pikman aber nicht angreifen, ne? Weil das wäre jetzt taktisch unklug, wenn du... Äh, oh, scheiße. Ja. Da ist jetzt das Schwert kaputt gegangen. Ich bin zu... Äh, zu... ...langsam gewesen. Hm. Gut. Moment, äh... Ach, du Scheiße, ne. Ja, jetzt liegen alle Sachen da drin. Ähm... Irgendwas nehmen einfach und dann... ...drauf los hier. Ach, scheiße, jetzt ist die... Das Zombie-Pikman-Vieh wurde angegriffen. Scheiße. Ja, das war natürlich nicht so gut, äh... Was sind wir jetzt hier in so'n... Scheiß Zombie-Pikman. Jetzt geht das los wie im Sky-Block, dass man... Hä, von wo bin ich denn alles abgeschossen? Es waren überhaupt keine Gegner mehr da. Ja, es sind auch keine mehr drin. Es ist nur noch das Zombie-Pikman drin, ne. Naja, den einen werden wir ja noch platt machen und dann... Wo ist er denn? Hey, der Sch... Ey, das fuckt mich schon wieder so ab, ne. Okay, der Zombie-Pikman ist tot, okay. So, ich sammle mal alles hier ein und dann... ...legen wir gleich mal los. So. Ich bin jetzt im zweiten Raum. So, jetzt muss ich mich erst mal sortieren. Erst mal Rüstung anziehen. Äh, okay, so, jetzt. So, dann gibt's jetzt erst mal, äh, die Rüstung. Und jetzt muss ich mal gucken. Was hattest du gehabt? Also auf jeden Fall ein Steinschwert, das ist klar. Hm, wie viel Holz hattest du noch gehabt? Äh, anderthalb müsste ich noch gehabt haben. Nur eins? Ja, und ein halbes, glaube ich, weiß ich nicht. Weil ich hab nur drei Schwerter, das ist komisch an der Sache. Das versteh ich nicht so ganz. Dann gib mir einfach noch ein Holzschwert und ist gut. Noch ein Holzschwert, okay. Ja, ich hab hier zwei Holzschwerter, ja. Aber ich könnte dir noch hier die zweihalb kaputten Bögen geben, aber... Die Bögen, ich hab ja keine Pfeile. Also, ja, stimmt. Äh, doch, 19 Stücke hab ich. Denn nimm du hier noch zusätzlich die Bögen, die zwar halb kaputt sind, aber... Und halt das Essen. Äh, ja, das Essen... Äh, Moment mal, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Rotten Flash brauchen wir nicht. So, dann ist das jetzt das Essen, auch ganz normal aufgeteilt. So, und so. Ja, und sonst ist da halt die Rotten Flash und so ein Scheiß, was wir eh nicht brauchen. So, dann schauen wir mal, was da jetzt dran los ist. Spinnen. Nichts? Ach, hier oben? Spinnen! Ja, euch könnt mir bei Skyblock brauchen. Ja, ich wollt grad sagen. Die... Sechs Fäden. Ja, können wir die bitte zu Skyblock rüber machen. So, ich geb dir mal hier noch die zwei Pfeile, die jetzt hinter dir liegen. So, was haben wir da jetzt für'n Raum? Oh Gott, da sind Creeper drinne. Aber ich glaub, die Creeper könnten wir nutzen. Also, die Creeper herläuft, dass er explodiert. Aber das wird... Ja, wir müssen hier aber erstmal aufladen. Aber dazu... Weil, dass er die anderen in die Luft jagt. Ja. Okay, jetzt sind die Hälfte schon kaputt. Und ich sollte vielleicht das Steinschwert jetzt nehmen. Sind da noch Creeper drinne? Ja, einer. Ja, achso, ja. Du hast ja fein einen Bogen. Mal vor sich reingehen. Und dann drauf... Was ist denn da noch? Ist nur noch... Ja, okay, alles frei. Und hier ist jetzt der nächste Raum. Und da waren auch wieder Creeper. Aber ich muss jetzt erst mal regenerieren. Obwohl, ich kann ja einen goldenen Apfel essen. Eigentlich, aber... Ja, da ist nichts passiert. Da ist noch ein Creeper. Warte. Äh, scheiße. Wash. Okay, gut. Da steht noch ein Creeper. Oh Gott, ich habe kaum Leben noch. Oh Gott, wir sollten hier mal eine Fackel reinsetzen. Weil die Fackel ist im Abgang. Nicht, dass hier was Neues spawnt. Ähm. Oh, ein halbes Herz, Alter. Okay, ja, ich muss auch erst mal, Rick. Ich habe vier. Da muss man erst mal... ein bisschen warten. So. Oh je. So, hier hätte ich noch einen Pfeil, wenn du noch Bogen hast. Ähm. Oh, American Pie läuft gerade. Was läuft? American Pie. Kennst du wahrscheinlich nicht. Ne, kenn ich jetzt nicht. Ich schaue ja kaum noch Fernsehen. So. Äh, ich habe ja mal eine Riesenklotze. Ja, muss ich ja Fernsehen gucken? Ja. So. Okay, ich bin jetzt voll wieder. Ich noch nicht. So. Ja, dann geh weg. Geh bloß von der Tür weg. So. Creeper, explodier. Okay. Oh, scheiße. Weg. Oh Gott, jetzt. Ach, die schießen sich gerade gegenseitig wieder ein bisschen ab. Jawohl, da ist einer gekillt worden gerade. Ja. Oh. Oh, Vorsicht. Warte mal, ich kann ja, glaube ich, von hier abschießen. Äh, ich weiß. Doch, ja, doch. Das geht doch durch die Eisentür. Dann schieß mal. Dann will ich hier nicht im Weg stehen. Aber das geht, glaube ich, auch noch nicht so lange, dass man durch die Eisentür schießen kann. Nee, das ging nur, weil der, seine Hand dadurch geglitscht ist. Achso, ja, genau. So. Wie, wie ist denn noch im Raum? Sehr viel Creepers sind auf jeden Fall drinnen. Da ist kaum noch was. Das sind ja eigentlich hauptsächlich nur noch Creepers. Können uns eh mal am Arsch lecken. Die sollen explodieren und alle in die Luft jagen mit. Oh, Arsch wieder. Au, je, je. Ja, aber die machen kaum Schaden. Wahrscheinlich durch das Obsidian oder so. Schnell weg. Ich glaube, oh, nee, ist doch nicht explodiert. Oh. Ich bin jetzt mal mutig. Kannst du da rein rauskommen? Ja, es sind nur noch zwei Creepers und ein Zombie. Und nur noch der Zombie? Jawohl. Okay, gut. Und, oh, dahinten ist es vorbei. Yay, blau durch. Jawohl, so. Acht Brote und ein Kompass. Wozu wollen wir mit einem Kompass? Äh, eine Glock ist das. Äh, achso, ja. Ich lege jetzt erstmal hier den Mist erstmal ab, den wir eh nicht brauchen. Kartoffeln.